Peter Rosenlehner Elektro GmbH, der spezialisierte Partner der Fertighausindustrie. Als Elektromeisterbetrieb steht Peter Rosenlehner Elektro GmbH für kompetente Betreuung rund um alle Fragen der Gebäudesystemtechnik. Von der genauen Analyse über die Beratung bis hin zur fachgerechten Durchführung der einzelnen Maßnahmen. Bereit seit 30 Jahren sind wir bundesweit als hochspezialisierter Fachbetrieb für die Fertighausindustrie tätig. Dabei verbinden wir präzises Handwerk mit modernster Technik und werden höchsten Ansprüchen an Qualität gerecht. Von der Elektroinstallation über Smart Home, Datennetzwerke, SAT-Anlagen bis hin zu Photovoltaikanlagen – alles aus einer Hand. Mit Präzision und Effizienz realisieren wir komplette Elektroinstallationen, vom Lichtschalter bis zu komplexen elektronischen Steuerungssystemen. Die Vormontage der Schaltkästen erfolgt in der eigenen Fertigung in der Zentrale in Straubing. Durch regelmäßige Weiterbildungen sind unsere Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der Technik. Als Spezialist für intelligente Systeme wie der InOcean Funktechnik, KNX-Installation oder Datennetztechnik beraten wir Sie gerne in den Bereichen Gebäudetechnik und Hausautomation. Durch unsere Fahrzeugflotte können wir schnell und flexibel agieren, um die Installation termingerecht in Ihrem Fertighaus vorzunehmen. Die Installation erfolgt in zeitsparender Holzständerbauweise. Peter Rosenlehner Elektro GmbH – der spezialisierte Partner der Fertighausindustrie. Peter Rosenlehner Elektro GmbH – der spezialisierte Partner der quien질 relaijn in der Nachbar aufwärtybe Kern practical análve St pastors. Peter Rosenlehner Elektro GmbH aufwärtybeった Profundes YouTube-Rest depois verabend an vítika Dabei ist mein restrictor wiebundes,蒼 Milo programmes Economic Center,